Wenn ihr mich hören könnt, seid ihr wichtig. Jetzt habe ich verstanden, in welcher Sprache ich reden soll. Trotz ihres französischen Namens spricht unsere Moderatorin kein Französisch. Hallo, mein Name ist Jorlin oder Jorlin. Ich werde diese Session moderieren. Sessions kommen beim CCC vor allem deswegen zustande, weil eine Gruppe von Leuten ein Thema einreicht, über das sie gerne reden möchten. Diese Sessions, also normalerweise will man Community oder Plattformen erreichen. Und wir dachten, dass es gut ist, nicht nur einer Person die Möglichkeit zu geben, darüber zu reden, sondern das mehreren Leuten einzuräumen. Und so kam es zustande, dass wir eine Sessions machen. Wir haben fünf sehr interessante Leute, die jetzt zu dem Thema reden werden, hier mit unterschiedlichen Strategien feministische Communities aufzubauen. Ich heiße Sie willkommen auf der Bühne. Zuerst haben wir Sie kommt aus Südasien oder Südostasien, wurde gesagt. Wir haben Ajam von The Reset, einem feministischen Hackerspace. Willkommen. Wir haben M. O. Sullivan von einem Hackerspace. Nun macht sie Untersuchungen dazu, wie man Frauen in Hackerspaces etc. inkludieren kann. Und wir haben Lena Mohr, eine Designerin aus Stuttgart, die auch heute über das Inkludieren von Frauen reden wird. Ich bin Jodine Sebastian, glaube ich. Genau, in dieser Session werden wir jedem der Teams die Möglichkeit geben, etwas zu sagen. Wir haben immer zehn Minuten, glaube ich. Wir sprechen über verschiedene Perspektiven und Ideen und werden... Genau, um anzufangen, möchte ich Hang bitten, etwas über Ihre Situation in Südasien zu erzählen. ... Ruf... 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 Hallo alle, ich bin Hongkuk Dang oder H.P.Dang. Heute werde ich darüber reden, wie ich in die Open Source Community reingekommen bin. Ein bisschen über mich, über meinen Hintergrund, ich bin in einer kleinen Stadt im Süden von Vietnam aufgewachsen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal dort wart, aber es ist 200 Kilometer südlich von Ho Chi im Innenstadt, Saigon. Das sind die ersten 20 Jahre meines Lebens. Ich habe mich immer gefragt, was ich in meinem Leben erreichen wollte. Die meisten Leute sind arm, meine Eltern haben aber sehr hart gearbeitet. Die einzige Motivation, die ich hatte, die ich haben wollte, bis ich 20 wurde, ist, so dass meine Gedanken waren, wie ich 20 Jahre alt wurde und habe ich dann immer weiter studiert, auch wenn mich Schule nicht so wirklich interessiert hat und ich mich jetzt nie so wirklich wusste, was ich davon lernen sollte. Aber es war mir wichtig, dass ich eine gute Zukunft habe. In 2007 habe ich Mario Bailing getroffen, wer einer meiner Mentoren war. Wir haben uns getroffen bei einem Gratis-Technologie-Event in Hanoi und das war das erste Mal, wie ich über freie Software gelernt habe. Ich habe dann im selben Jahr von Windows XP auf Ubuntu gewechselt und habe dann freie Software begonnen zu verwenden. Ich habe dann bei diversen User Groups mitgemacht und wir haben versucht, Software in verschiedene Sprachen zu übersetzen und zu lokalisieren. Als ich Teil dieser Open Source Community war, habe ich so viele Interessante der Menschen kennengelernt, die mich inspirieren. Ich habe so viele wichtige Konversationen mit Leuten, die so lange, in Jahrzehnten vielleicht sogar, im Projekt aktiv waren. Und ich finde es sehr inspirierend, dass Leute so passioniert sind, so lange da mitzumachen und sich vielleicht immer wieder mal wiederholen, wenn sie über Dinge reden, aber so motiviert sind. Es ist sehr gut, dass sie so geduldig sind, um die Sachen zu erklären, wenn du etwas nicht verstehst. Daraufhin 2009 habe ich zwei Jahre später FOSS Asia gegründet, eine Organisation, die sich als Ziel gesetzt hat, eine Community zusammenzusetzen in ganz Asien, um eine bessere Zukunft durch offene Technologien zu ermöglichen. Wir haben seitdem schon eine Vielzahl an Projekten entwickelt. Hier steht ein paar davon. Das sind Software- und Hardware-Projekte, zum Beispiel eine Narrative zu Alexa oder Google Home. Dann haben wir auch ein Open Hardware-Projekt, das ihr auch auf GitHub finden könnt. Es gibt eine Event-Software, die ähnlich ist wie das FRAMP, wo auch Tickets verkauft werden können. Und das wird benutzt von allen in der FOSS Asia Community. Wir organisieren sehr viele Events, Meet-ups, Konferenzen, zum Beispiel den FOSS Asia Summit, der jedes Jahr im März in Singapur stattfindet. Da gibt es viele Workshops, auch noch in Indien und in China, Taiwan, Malaysien und so weiter und so fort. Eines meiner Highlights im letzten Jahrzehnt war 2010 das erste Mal, wie ich nach Europa gekommen bin. Und das war sehr, sehr schwierig, ein Visa zu bekommen, aber es war wirklich wichtig für mich, dass ich das geschafft habe. Ich wurde eingeladen zum Liebe-Graphics-Meeting. Da seht ihr ein Bild von mir und da war ich sehr nervös, wie ich einen Talk gehalten habe. Im Winter bin ich dann zu einer Konferenz gegangen mit der Liebe-Graphics-Community und da war ich die einzige Frau, die irgendwie da war, auch die einzige Frau hier im Foto. Ich war sehr froh, dass mich die Leute so fröhlich begrüßt haben in der Community. Wir haben dann auch ein Hotel eröffnet in 2012, das Open Source Hotel. Danach könnt ihr einfach im Internet suchen. Und es ist praktisch gebaut worden von diesen Community-Member Mitgliedern aus der Open Source Community. Und da gibt es zum Beispiel das WLAN, das mit OpenWRT läuft oder wir haben die ganze Vernetzung selbst gemacht. Die Dekoration wurde gespendet von der Liebe-Graphics-Community oder von anderen. Und da machen wir Workshops und viele Open Source Entwickler sind da auch irgendwie zu Gast. Die Leute können da einfach hinkommen und bei uns teilnehmen in der Community. Im selben Jahr haben wir dann auch eine Gruppe von KünstlerInnen beherbergt, die aus Brüssel gekommen sind. Ich habe die getroffen bei der Open Source Design Week in Saigon und mehr als 40% der TeilnehmerInnen waren weiblich. Und was wir ihnen da zeigen ist, wie man Kunst machen kann mit freien Werkzeugen. Und da hatten wir auch eine Ausstellung. Und was man tun kann mit freier Software. Es war das erste Mal 2014, wie ich beim CCC war. Und einer der ersten Menschen, die ich da getroffen habe in der Speaker Room war Richard Stallman, der mir erklärt hat, was der Unterschied ist zwischen freier Software und Open Source Software. Und ich war sehr, sehr glücklich, dass ich da als SprecherInnen da sein konnte. 2016 hatten wir dann noch ein Projekt namens CodeBeat-Programm. Und da haben wir versucht, junge EntwicklerInnen zu finden und ihnen die Möglichkeit zu geben, mit freier Software zu arbeiten und beitragen zu können zur Open Source Entwicklung. Wir haben da FOSS-Asia-Mitglieder, die ihnen helfen. Und die Leute können eben dann eine Reise gewinnen zum FOSS-Asia-Summit in Singapur im März. 2018 haben wir dann auch veröffentlicht ein Projekt, das über zwei Jahre angegangen ist und wir endlich die Möglichkeit hatten, dieses Hardware-Projekt zu verteilen. Wir haben da auch ein Geschäft in Japan. Wir haben es auch in Indien verteilt, in Singapur, in Europa. Und es wurde verwendet in Schulausbildungen in Vietnam und in anderen Ländern. Es ist ein kleines Gerät, das dir ermöglicht, ein wissenschaftliches Projekt durchzuführen, ein Experiment. Und es gibt auch hier einen Workshop am 35C3, um sich das anzusehen. Mein Ansatz, um das Ganze zu lernen, ist, dass es wichtig ist, Leute reinzubringen in diese Community. Und was ich gelernt habe, ist, das erste ist, mal ehrlich zu sein mit jedem, den du triffst. Das sind nette Leute und du solltest ihnen ermöglichen, die Dinge zu tun, die sie wollen. Denn je mehr Aufgaben du ihnen gibst, desto besser fühlen sie sich integriert und sie werden motivierter und können besser mithelfen. Du solltest versuchen zu verstehen, was die Motivation hinter diesen Mitgliedern der Community ist. Und meine Philosophie ist, dass es immer besser wird, wenn man teilt, wenn man das Wissen teilt, wenn wir unsere Ressourcen teilen und wir versuchen eben, die Leute zusammenzubringen. Und letztlich ist es auch so, dass ich in der Foss-Asia-Community so viele Leute getroffen habe, die jetzt meine Freunde sind, mit denen ich zusammengearbeitet habe und mit denen ich jetzt eine lebenslange Freundschaft habe. Nächstes Jahr findet dann zum 10. Jahr das Foss-Asia-Summit in Singapur statt. Das ist das 10-Jahre-Jubiläum der Organisation und ihr seid herzlich eingeladen, da hinzukommen. Und hier beim CCC haben wir auch noch eine Gruppe von Menschen, die von Foss-Asia kommen, aus Singapur, Frankreich, Spanien und so weiter und so fort. Und hier, wir haben einen Open-Source-Laser-Cutter aus Singapur, da seht ihr das kleine Bild, wie so ein Laser-Cutter rumgefragen wird. Und falls du bei uns vorbeischauen willst, dann melde dich einfach bei mir am Ende von dem Talk oder ihr könnt auch auf der Navigation-App suchen nach Foss-Asia. Unsere Decknummer ist 8575. Vielen Dank, Hong, für diese Einführung in Foss-Asia. Möchtest du jetzt als Nächste gehen, um Le Reset vorzustellen? Wir kommen beide aus Frankreich und kommen von Le Reset, was ein feministischer und queer-aktivistischer Raum ist und werden darüber ein bisschen erzählen und warum wir es machen und wie. Also, unser Hackerspace lädt aktiv Menschen ein, die sich sonst in Hackerspaces nicht sicher oder willkommen fühlen, also hauptsächlich queere Personen oder Frauen. Denn die meisten Hetero-Männer fühlen sehr viel Anspruch an solche Räume, dass sie darin lernen können und auch lehren können. Queere Personen und Frauen in solchen Räumen leiden häufig unter Imposter-Syndrom, also fühlen sich dort völlig fehl am Platz und werden doch irgendwann erkannt als völlig unzulänglich. Also, das empfinden sie so. Viele von diesen Räumen sind halt auch designt worden von heterosexuellen Männern, insofern sind sie nicht passend für unsere Bedürfnisse. Also haben wir um Queere Gigs herum Le Reset gestaltet. Es findet statt in einer Queeren-Bar in Paris, jeden Sonntag. Sorry, ich bin total nervös. Wir haben 2016 damit angefangen. Wir sprechen direkt von Frauen und queere Personen. Wir haben einen Code of Conduct, also Verhaltensregeln aufgestellt und explizit, die wir verkörpern und halt auch aktiv bestärken. Unsere Basis ist feministische Ethik auf der Basis von Jean-François. Wir bestehen da insbesondere für AnfängerInnen sehr drauf. Die Workshops werden hauptsächlich gegeben von queeren Personen oder Frauen. Und wir unterscheiden zwischen den Themen Gaming oder Infosecurity oder Ethik nicht. Wir analysieren natürlich auch Machtstrukturen mit Material Feminismus, materialisierten Feminismus. Ich möchte euch hier drei Beispiele vortragen. Das eine Krypto-Dach, also eine Person und eine Person Krypto-Partys. Etwa wir machen auch solche Security-Talks zu Mittagessen. Frauen und queere Personen werden in der Regel besonders sensibel für Security-Probleme innerhalb von Online-Räumen, wenn sie Opfer von Cyber-Angriffen, Cyber-Harassment werden. Dann sprechen wir auch viel über die Gesundheitsanereignung. Also sprechen wir und arbeiten viel mit Trans-Personen. und haben auch Partnerschaften mit Frauen, die gynäkologische Workshops geben und von guter Praxis berichten können. Das ist inspiriert aus dem Schöne-Pen-Tab und einem Vortrag vom CCC letztes Jahr. Das dritte Projekt sind Core Games. Das ist ein künstlerisches und politisches Bewegung. Es geht darum, dass Oppressionssysteme kritisiert werden sollen. Wir wollen unsere Geschichte, unser Narrativ sichtbar machen und deswegen versuchen wir unsere eigenen Videospiele herzustellen. Wir haben Leute dabei, die coden können und mit denen machen wir das. Danke sehr. Danke für diese Einführung in eure Arbeit. Ich denke, wir können gleich in die Diskussion einstiegen, aber vorher bist du dran. Ich habe keine Folien, aber ich habe einige Notizen. Meine Geschichte ist ein bisschen anders als die meiner Vorrednerin. Ich komme aus einer feministischen Organisation, aus dem Vereinigten Königreich. Wir haben 2009 angefangen. Es ist ein sehr früher Hackerspace aus der UK. Früher war das Ganze auf Robotics spezialisiert und es hat recht organisch angefangen, ein Hackerspace zu werden. Es ist von frühen US-Hackerspaces inspiriert und es haben sich halt Hackerspace und Robotics getroffen und dann hat sich das so zusammenentwickelt. Es ist der gleichen Struktur gefolgt wie halt andere Gruppen. Es wird viel über Konsens entschieden. Es geht darum, einen Kommunikationsraum zu gründen. Wir treffen uns einmal wöchentlich in einem Raum und um die Möglichkeit zu haben, zusammenzuarbeiten. Mit unserer Mitgliedschaft entscheiden wir, ob wir die Arbeit und die Kosten mittragen wollen. Wir haben viele elektronische Projekte. Der Lasercutter ist eines der ersten Geräte, die wir angeschafft haben und war eines der wichtigsten. Außerdem haben wir einen relativ entwickelten Workworking-Workshop. Es gibt etwa 150 Mitglieder bei uns, von denen etwa 10 Prozent... Die Repräsentation ist relativ hoch, aber niedrig, aber das ist normal für Hackerspaces. Es sind 10 Prozent Frauen und eigentlich sind Hackerspaces sehr maskuline Orte und das ist halt ein allgemeines Problem, weil es irgendwie mehr Männer gibt, die in IT arbeiten wollen und diese Hackerspaces werden meistens von Männern gemacht. Und ja, Sichtbarkeit ist ein großes Thema für uns, gerade auch in Britannien. Wir haben zwei Büros für die Technik und für das Soziale. Ich bin eher in der technischen Region und da haben wir einen sehr niedrigen Frauenanteil und da ist mir aufgefallen, wie verrückt diese Situation eigentlich ist. Mein Hackerspace ist ziemlich ähnlich gewesen, auch mit sehr vielen Männern. Und ich fand es interessant, warum das so passiert. Hacker-Spaces sollten eigentlich eine offene Umwelt sein, wo jeder mitmachen kann. Wir haben fünf Pounds pro Woche nur bezahlt, sodass es auch relativ kostengünstig war. Aber Frauen und Femme-People wurden generell eher unterrepräsentiert. Und ja, was ist es, was Frauen daran hindert, in diesen Hackerspaces teilzuhaben? Es ist für mich ein sehr wichtiges Thema, weil für mich selbst war es sehr wichtig, diesen Hackerspace zu da mitzumachen. Es war für mich eine wichtige Erfahrung, diese Community da mitzumachen. Das war, da hatte ich plötzlich Zugriff auf Dinge, die ich das vorher nicht hatte. Und es ist mir wichtig, dass auch andere Leute diesen Zugriff bekommen. 2016 habe ich angefangen, meinen Doktortitel zu machen. Ich habe geguckt, wie manche Hackerspaces mehr zu erreichen sind für Frauen. Ich habe viele Hackerspaces und Makerspaces besucht in den USA. Ich habe mit vielen diesen Leuten gesprochen. Ich habe viele Herangehensweisen gesehen, wie man das herangeht. Da geht es jetzt nicht nur darum, dass es auch offene Hostilität gibt gegen uns, sondern auch niederschwelligere Dinge. Wir stellen da zum Beispiel ein Zene zusammen, wo wir Best Practices haben von Hackerspaces und Makerspaces, nicht nur, wenn es um Geschlechts Unterschiede geht, sondern auch andere marginalisierte Gruppen, zum Beispiel People of Color oder Menschen ohne Migrationsstatus. Da geht es darum, möglichst viel Aufmerksamkeit zu schaffen und möglichst weit zu informieren. Falls ihr da jetzt noch irgendwelche Ideen habt, was da für Räume fehlen, für Arten von Räumen fehlen, dann könnt ihr euch gerne bei mir melden. Meine Kontaktdaten stehen dann auch im Vortrag und meine E-Mail-Adresse ist öffentlich verfügbar. Ich bin Lena, ich bin einer von den Gründern von Ready to Coach. Wir sind eine Veranstaltung aus Stuttgart, im Süden von Deutschland. und unsere Geschichte fängt an. Was wir machen, ist, wir inspirieren Frauen und Mädchen, wie man codet und wie man sich gegenseitig unterstützt. Es gibt zwei Gründe, warum wir alles machen. Das erste ist klar, es gibt einfach nicht genug Frauen, die im Tech arbeiten. Das zweite ist, ein bisschen persönlicher, ich bin ein User Experience Designer, und ich fand es am Anfang schwierig, weil ich diese ganzen Vorurteile im Kopf hatte. Ich wusste einfach, dass ich versagen werde beim Coden. Ich war nicht alleine mit dieser Idee. Viele Mädchen, die mit mir studiert haben, hatten das auch. Das Gute ist aber, dass wir die Prüfung machen mussten, das heißt, wir mussten es lernen Das heißt, ich hatte auch viele gute und geduldige Freunde, die mir das beigebracht haben, wie man programmiert, die mich auch überzeugt haben, dass ich das kann. Aber der Moment, wo das in meinem Kopf geklickt hat, ich habe nicht nur gesehen, dass es mir eine neue Möglichkeit gibt, sondern dass ich auch mehr Selbstbewusstsein dadurch bekommen habe. Was wir machen, wir machen Workshops für Frauen und für Mädchen, Wir machen sicher, dass es auch für Anfänger ist, dass jeder mitmachen kann. Wir werden darüber ein bisschen später reden. Wir haben auch ein Networking-Event, das heißt Cocktails and Code. Wir können Frauen ihre Erfahrungen sammeln. Wir organisieren auch Lightning-Talks von Frauen. Es ist ziemlich low-level und jeder kann mitmachen. Wir organisieren auch verschiedene Veranstaltungen, wie zum Beispiel vor ein paar Wochen haben wir ein soziales Hackathon organisiert. Ich denke, das, was wir anders machen, ist, dass einer unserer Gründer ist ein Mann, ein SIS-Mann, viele Freiwillige, die für uns arbeiten. sind auch männlich. Wir haben gute Erfahrungen damit. Wir denken, dass es auch wichtig ist, jeden mit einzubegreifen. Aber viele Frauen, die zu uns kommen, suchen auch nach einer nur weiblichen Umgebung. Aber ja. Vielen Dank, Lena. Also, wie ihr gehört habt, da haben wir ja schon eine Vielzahl an verschiedenen Ansätzen und verschiedenen Erfahrungen. Wir würden da gerne direkt in die Diskussion einsteigen und dann haben wir jetzt noch so 15 bis 20 Minuten Diskussion am Podium. Danach gibt es noch eine Frage mit dem Publikum. Um da jetzt noch den letzten Punkt anzusprechen, den du gerade erwähnt hattest, ich stelle aber die Frage lieber in die andere Richtung zuerst. Es sieht danach aus, dass wir manchmal ja exklusiv sein müssen, also weibliche Räume schaffen müssen, um besser Leute inkludieren zu können. Wie können wir da etwas erzeugen, was Leute exkludiert? Wo ziehen wir diese Linie zwischen Exklusion und Inklusion? Also, wir haben da einen Code of Conduct. Jeder und jeder ist herzlich willkommen, daherzukommen, solange sie sich an den Code of Conduct halten. Wir sind offen für alle, aber wir sprechen explizit queere Personen und Frauen an. Wir haben Workshops, die von queeren Personen und Frauen organisiert werden. Im Endeffekt, wir interessieren uns nicht für Männer oder nicht schwule Männer explizit, aber die können natürlich auch gerne kommen. Du meintest, einer von den Gründern von unserem Raum ist ja ein Mann. Also, ihr macht das anders, oder? Wir machen das ja erst seit einem Jahr und wir versuchen da auch einige unterschiedliche Dinge aus. Ich finde das gut, was du da sagst. Also, Männer können da gerne auftauchen, aber wir markten jetzt, wir sprechen jetzt nicht explizit diese Gruppe an. und unser erster Workshop zum Beispiel für Kinder, der war nur für Mädchen und beim zweiten Mal haben wir dann beschlossen, wir reservieren eine fixe Anzahl von Teilnehmerplätzen für Frauen und für Mädchen und Jungen dürfen wir auch mitmachen. Und unsere Flyer zum Beispiel schauen so girly, so weiblich aus, unter Anführungszeichen, dass sie Jungen ja gar nicht so wirklich ansprechen. es ist jetzt, genau, es ist so, dass unsere Webseite und, dass es ja oft ist, normalerweise, dass die Webseiten so designed sind oder die Flyer so designed sind, dass sie in erster Linie Männer ansprechen und wir machen das jetzt umgekehrt. Männer zum Beispiel meinen auch oft, ja, wir hätten auch gerne was wie Cocktails und Coat, wieso können wir nicht kommen? Und dann meinten wir, ja, naja, dann kommt einfach und bisher hatten wir da jetzt nicht so wirklich negative Eindrücke. Aus einer wirtschaftlichen, wissenschaftlichen Perspektive, wie ist das, seht ihr da, dass es da unterschiedliche Stärken gibt von unterschiedlichen Ansätzen, um nicht um andere Zielgruppen anzusprechen als Männer. Was siehst du da? Also ich habe da Erfahrungen, ich war da bei Orten, die nur für Frauen da sind oder für nichtmännliche Personen und es ist auf der anderen Seite, wenn wir einen nur weiblichen Raum haben, dann sieht man da einen Unterschied. Der nächste Schritt ist dann zu sehen, wie funktioniert diese Inklusion in einem Raum, der für alle Geschlechter da ist. Wir leben ja auch in einer Welt, die für alle Geschlechter da ist. Und dementsprechend brauchen wir ein gewisses Ziel, um inklusiv zu sein. Wir, zum Beispiel, wir schließen jetzt keine Männer aus. Das scheint der Ansatz zu sein von Makerspaces und Hackerspacen im generellen Sinne, dass wir Männer jetzt nicht ausschließen explizit, aber sie sind halt vielleicht gerade nicht da. oft ist es so, dass die Kultur sowieso auf Männer abgestimmt ist und diese normalen Hackerspaces machen ja dann nicht die explizite Entscheidung, wir sprechen jetzt nur Männer an. Umgekehrt ist es so, dass wenn wir als Hackerspaces andere Gruppen ansprechen wollen, zum Beispiel eben Frauen, dann müssen wir die explizit ansprechen. Wie ist das jetzt bei dir im letzten Jahrzehnt Foss Asia zu managen? Ihr macht das ja über unterschiedliche Kulturen hinweg, unterschiedliche Länder in ganz Süd-Austrasien. Wie siehst du, dass sich das entwickelt hat in den letzten zehn Jahren und wie stark ist der Schwerpunkt, wie stark ein Schwerpunkt müsste es setzen darauf, dass Frauen eingesprochen werden. Naja, also wenn du jetzt Süd-Austrasien anschaust und die Foss-Asia-Community ansiehst, dann würde es für immer dauern, Ewigkeiten, um über die unterschiedlichen Religionen und Kulturen in Singapur und in anderen Ländern zu sprechen. Aber ich war da gespannt und ich hatte so ungefähr die gleiche Meinung wie M. Was für Erfahrungen habt ihr da gesammelt? Gab es da irgendwelche negativen Erfahrungen, die bei euch passiert sind mit Männern im Space? Könntet ihr da ein bisschen darüber sprechen? Also ich würde da jetzt gerne in meiner Vergangenheit ist das ja nicht so. Also in unserer Community vielleicht sind wir da glücklich. ist das nicht passiert, dass ich jetzt einen Moment hatte, wo ich mir dachte, ich brauche jetzt einen Space für mich selbst, weil wir eine Community haben, wo wir immer denken, dass alle sehr, sehr willkommen sind und wenn sie sich die Arbeit ansehen und die Sachen, die du überbringst für die Community, dann ist es nicht wichtig, jetzt aus Asien oder Europa sind oder Männer oder Frauen. Es sollte nicht darum gehen, was man tun kann oder was nicht, sondern es geht darum, um in den Raum zu gehen und das Gefühl zu haben, dass man da auch gerne hinkommt und hinkommen kann, insbesondere als Frau. Die Leute haben uns gefragt, kann ich mit meinem Freund kommen? Sorry, ich bin sehr, sehr Frau und habe irgendwie keine männlichen Freunde gehabt, wird auch nicht passieren. Also nie. Okay, dann kriegen wir auch die Reaktion, dass Leute sagen, okay, ich sollte den Platz hier räumen für queere Personen, weil ich war nur hier zu gucken, aber nicht, um teilzunehmen. Also war es vielleicht nicht Absicht? Schon. Interessant, was du sagst, dass du siehst nur in Code und nicht das Geschlecht. Ich glaube, da haben verschiedene Personen hier auf der Bühne auch verschiedene Erfahrungen. Also ist das gut zu hören, aber vielleicht auch überraschend zu hören, weil das eine stereotype Wahrnehmung ist. Es ist eine überraschende Wahrnehmung in Gesellschaften wie den südostasiatischen, die wir als traditionell wahrnehmen, dann ist es umso erfreulicher, dass du da eine sehr andere Erfahrung hattest. Das Schlüsselwort, was wir viel von euch gehört haben, ist Ermächtigung. Ermächtigung und ermächtigende Erfahrungen für andere zu erzeugen. Du hast schon ein bisschen darüber gesprochen, wie ihr versucht, das zu machen. Wollt ihr ein bisschen mehr erzählen, was für eure Community gut funktioniert hat? Ich kann anfangen. Okay, dann mach. Frauen, die zu unseren Meetups gekommen sind. Eine Frau, die zu unserem Meetup gekommen ist, hat gesagt, sie war total glücklich und ich freue mich, dass ich einen Raum habe, zu dem ich kommen kann und über Geekzeug, aber auch mal über Feminismus reden kann. Das ist hier ein Raum, wo ich beides kann. Ich hatte sonst immer Räume, wo das eine oder das andere geht. Okay und vielleicht hat die Person vorhin versucht, nett die Konversation zu eröffnen mit hey, wo ist eigentlich dein Freund, macht es dich besser, aber ja. Ich versuche ja auch immer bei sowas irgendwie mich da nicht angegriffen zu fühlen, aber natürlich ist das angreifend. Also es ist auch eine Frage von welche Schwelle von Toleranz hat man da, welche Akzeptanz gibt man daher und ich merke, dass meine da immer niedriger wird. Das Schlüsselwort wäre hier also Geduld. wenn ihr also je schon Räume geschaffen habt, die für gemeint sind für Leute wie uns, dann erwartest du eigentlich auch, dass Leute in diese Räume reinkommen, das besser können. Genauso wie du sagst es in deinem Vortrag, dass diese Ebene von Anspannung so hoch ist. Hast du dir das warum genauer angesehen in deiner Forschung? Was daran wirklich interessant ist, dass die Gruppen die fehlen, also Gruppen von Menschen die behindert werden fehlen es wird wahrgenommen dass das verändert werden kann dadurch dass man den Raum verändert hat indem man den ganzen Raum barriereärmer macht aber dieselbe Idee scheint irgendwie nicht zu transferieren dazu Frauen zu inkludieren also Menschen der irgendwie mental blockiert zu sehen dass das für Frauen Queers People of Color auch so gelten kann Ihr habt vorhin erzählt dass ihr einen Code of Conduct habt Ich möchte mehr darüber hören wie ihr einen Code of Conduct für diese Gemeinschaft entwickelt habt Wie fängt man das an habt ihr das Gesetz das ist verhandelt worden Was würdet empfehlen Es ist ein wirklich einfacher Code of Conduct So zehn Sätze Es sagt diskriminiert nicht respektiert Grenzen die offensichtlichen Dinge die uns gut zusammenleben lassen Das Wichtige ist wir bekräftigen ihn immer wieder wir haben ihn an den Wänden wir sprechen darüber und wir beobachten die Dynamik innerhalb der Hackerspaces sehr gründlich und was die Leute machen wie sie sich fühlen wir begrüßen sie also die Ethik von Care Arbeit über die wir vorhin geredet haben wir bevormunden Menschen nicht wir machen nicht Sachen für Menschen die sie selbst machen können es geht um Ermächtigung so geht es Hattet ihr Erfahrungen wo ihr Menschen ausschließen musstet entlang von einem Code of Contact wir fühlen uns sehr souverän Leute auf der Basis ausschließen bislang haben wir es nicht tun müssen normalerweise sprechen wir vorher zu Personen und sagen ihnen das war jetzt gerade nicht so am Code of Conduct es ist nicht nur also der Code of Conduct ist nicht nur etwas was wir versuchen umzusetzen er ist auch voller Schlüsselwörter die es Menschen auch möglich machen dass Leute bevor sie zu Konferenzen oder solchen Workshops kommen diese Wörter erstmal zu googeln um zu merken wie dieser Raum sich anfühlen sollte dass es was wichtig ist die Pronomen von Personen zu respektieren Wie versteht ihr eure Räume in ihrer Verantwortung dazu dass sie insbesondere sichere Räume für Gemeinschaften für solche Gemeinschaften und eure Leute schaffen und dann halt andererseits wie seht ihr eure Verantwortung den Rest der Welt darüber zu informieren und zu bilden Also so ein Code of Conduct ist schon ein guter Weg um sicher zu machen dass Leute inklusiver für andere Menschen sind also hilft es so Leuten darüber ins Gespräch zu kommen was für Herausforderungen sie in der Vergangenheit erlebt haben und so würden Leute die solche Erfahrung vielleicht nicht gemacht haben jetzt ermächtigt solche Fragen darüber zu stellen und sich mal Fragen zu stellen darüber was angreifend sein kann Wenn ich also insbesondere so eine Assemble geben will in man Assemble in Singapur Normalerweise wenn du das erste Mal in ein Hackerspace kommst dann ist es häufig so dass zuerst niemand mit dir redet dir das Equipment nicht vorstellt du hast keine Ahnung du weißt von nichts und manchmal habe ich das Gefühl gehabt dass ich mich sehr eingeschüchtert gefühlt habe und dass ich es brauchte dass es irgendwie Leute gab mit Wissen und auch von woanders aus den Vereinigten Staaten die mit Wissen kommen und das weitertragen es ist wichtig dass Leute kommen dass man versucht sich gegenseitig zu verstehen ja es kann sein dass es Wissen gibt das für eine andere Person sehr wichtig ist und das ist manchmal gar nicht so klar ich möchte nicht dass man da Komplexe in der Community hat wie versucht ihr das auszubalancieren wir heißen jeden willkommen der in unseren Raum kommt normalerweise wissen wir auch wer eine neue Person ist wir wissen wer gekommen ist wer noch nicht gekommen ist und den neuen erklären wir alles den erklären wir unser Selbstverständnis den zeigen wir wo sie was finden wo sind die Sticker wo sind die Workshops wir erklären alles ich glaube das klingt sehr nett von dem was ihr erzählt da ist viel Magie in diesem sehr persönlichen es geht darum sich umeinander zu kümmern zu schauen was brauchen die anderen nicht nur diese Selbstverständnis zu schauen was brauchen die Leute vielleicht der letzte Punkt bevor wir das ganze weiter öffnen ich habe das auf einem von diesen kleinen Dingen auf eurer Folie gelesen da steht etwas das die Wahl der Privilegierten ist in meiner Erfahrung ist es so dass wir Räume kreieren wir versuchen neue Leute zu inkludieren neue Leute herein zu bringen auch mit der typischen tech karriere und ihnen zu zeigen dass auch sie die Möglichkeit haben das zu kreieren aber normalerweise ist es so dass wir Leute mit einem bestimmten Hintergrund anziehen wir leben in Europa da haben wir mittelschicht weiße Communities sehr wichtig und ja kann man auch andere Gruppen ansprechen wie macht ihr das vielleicht in euren Gruppen vielleicht ist das in Foss Asia ein bisschen anders weil ihr woanders liegt aber wie ist das in eurer Erfahrung Wir treffen uns in einer queeren Bar und da kommen auch Leute die normalerweise dorthin gehen sie kommen auch an Sonntagen wenn wir haben Leute dort die sonst eigentlich nie ein Hackerspace betreten würden wir haben viele Frauen dort viele Transpersonen Einmal hatten wir ein Mädchen da das noch nie ein Computer angefasst hatte die nie Videospiele gespielt hatte wir haben eine sehr diverse Gruppe von Leuten dort genau das hattet ihr vorher schon gesagt wo euer Raum eigentlich ist und das ist ja sehr wichtig dafür um es verschiedenen Communities zu öffnen Wie ist das in eurem ich denke das ist eine sehr schwierige Frage woher weiß man wer sich in diesen Plätzen einbringt in diesen Räumen versucht man seine Zeit dafür zu investieren diese Räume sich darin zu engagieren oder darin Leute anzuziehen und bei uns ist es so dass es uns mehr darum geht als darum zu engagieren wenn die Gruppe hat die Möglichkeiten hat zum Beispiel Workshops zu machen über bestimmte Themen über Einführungen in Feminismus und andere Themen dann ist es gut und das kann auch eine gute Möglichkeit sein die Leute zu erreichen in der Community auch nach außen hin ich denke wenn es wenn die Zeit beschränkt wäre dann würde ich mehr Zeit zum Gegenkommen verwenden Unser Hypersace wurde eingeladen einen Feminismus Talk zu geben also wir haben zu den Einladungen Ja geantwortet wir glauben es gibt genug Reden über Feminismus es gibt viele Sachen im Internet zur Verfügung wir machen normalerweise Reden über Cyber Feminismus und so jedes Mal wenn wir irgendwo hingehen haben wir eine Wiki Seite manchmal haben wir auch ein PDF was man runterladen kann über den Podcast alle Feminismus 101 haben wir schon gemacht wir machen jetzt sicher dass es erreichbar ist wir wollen nicht wieder das machen was vorher schon wieder und wieder gemacht wurde ich denke du hast es schon gesagt ich glaube du machst es auch ehrenamtlich ich glaube auch viele ehrenamtliche kommen haben sie die Zeit und die Energie für mich ist es auch manchmal so ich habe nicht die Lust alles nochmal zu erklären aber manchmal anders wenn ich denke jemand ist sehr neugierig und was lernen möchte und wenn die Person sehr respektvoll ist und nicht versucht zu provozieren sondern die Person will nur eine Diskussion haben bei manchen Leuten denke ich für die Person ist eine gute Diskussion nur um die Grenzen zu testen und wie weit man gehen kann wenn es darum geht ob ich das recht habe hier als Frau hier zu sein ich will es nicht immer diskutieren wie probierst du die Leute zu erreichen in den Open Source Communities die normalerweise nicht in einen Hackerspace reinkommen oder Leute die nicht wissen über die Arbeit die du tust also ich habe ein FOSS ASIA ich werde mich glücklich die meisten sind weiblich oder ich denke Lena hat das auch erwähnt die Anzahl an Frauen die in die in der Tech Community arbeiten ist sehr niedrig immer noch und es ist wichtig zu verstehen dass wenn wir über Technologie reden es geht nicht nur um Coden sondern auch um so viele andere wichtigen Dinge und Aufgaben wo es auch möglich ist Frauen einzubinden und sie in Möglichkeiten zu geben was für uns wichtig ist dass es Richtlinien gibt dass es gute Dokumentation gibt wenn es um Open Schatzprojekte geht da gibt es nicht nur Programmierung sondern es gibt auch Übersetzung oder Design das auch andere Leute machen können und wo beigetragen werden kann und das ist glaube ich ein Schritt um die Barrieren zu verringern um in so eine Community rein zu kommen Dankeschön Ich würde jetzt gerne hinausgehen und öffnen für die Kommentare und Fragen aus dem Publikum Wir haben Mikrofone im Raum und auch Fragen aus dem Internet zuerst mal danke vielmals für diese Session Wir sind sozusagen aus dem selben Boot Ich bin aus Estland Dort organisiere ich die Konferenz Frauen in Cyber Security und habe auch mit den Google Women Attack Makers in Estland zu tun Ich kann mich gut reinversetzen in viele Dinge die erwähnt habt Die Frage wurde schon ein bisschen beantwortet aber wie schafft ihr es mehr Frauen einzubinden in die IT nicht nur aus einer Marketing Perspektive sondern aus der Perspektive von eurer Mission von eurem Hackerspace Community was macht ihr dass die Leute bleiben und wiederkommen zu euren Events und selbst wenn sie es vielleicht nicht tun dass sie sich weiterhin mit dem Thema beschäftigen und Dinge lernen was auch noch sehr spannend finde aus der Perspektive von Frau Dong ist es so dass Open Source Projekte und das Hotel da kann es ja auch sein dass viele Frauen teilnehmen aber wie ist das in Europa Sollen wir ein paar sammeln und dann eine Runde machen oder Also wie wie findet ihr Leute wie stellt ihr sicher dass sie da bleiben was sind eure Erfolgsgeschichten Ist eure Community sehr am Flutuieren oder sind das sehr stabile Personen die immer wieder auf den Raum Referenz hin Und jetzt nochmal kurz bevor wir mit den Antworten anfangen ich würde noch gerne kurz erwähnen Also sehr lange Schlange hinter dir wir haben schon Fragen gesammelt Okay dann doch lieber gleich zu den Antworten bitte Wie lange bleiben die Personen in unserer Gruppe und wie haltet die die Leute Wir haben Leute jeden Sonntag kommen und wir haben Personen die auch nur für einen Workshop kommen weil sie sich für das spezifische Thema interessieren Was wir versuchen ist dass wir jeden Sonntag einen Workshop haben der Personen zieht die sich dafür interessieren sie wissen auch dass sie wenn sie da hinkommen nicht alleine da sind und niemanden zum reden haben und weil die Themen immer in Richtung Frauen und queer orientiert sind haben wir keine Probleme in diesen Räumen eine Mehrheit von heterosexuellen Chris Männern zu haben Ist das ähnlich in eurer Erfahrung Das ist grundsätzlich die Frage wie zieht man Frauen in die IT Themen Ich werde meine Antwort kurz halten nämlich der wichtige der Tipp den ich habe in Akademisch ist entwickelt soziale Bindungen innerhalb von euren Gemeinschaften viel mehr als euch auf die Tech Themen zu fokussieren denn wenn sie FreundInnen innerhalb dieser Community haben werden sie viel lieber kommen wollen und bleiben und kaum gehen wollen dabei ist das Thema eher am Rande es geht mehr darum coole Sachen zusammen zu machen und das wird sehr helfen um Frauen zu helfen sich in diesen Räumen wohl zu fühlen und dort bleiben zu wollen In meiner Erfahrung funktioniert es auch andersrum für viele Leute werden die Räume die sie erzeugt haben auch einfach ein Zuhause das heißt um Leute zu motivieren in diesen Räumen auch zu bleiben ist gar nicht so schwer es ist schwer ihnen diesen Raum so zu öffnen dass sie sich da drin willkommen fühlen das ist also die größere Herausforderung als sie anzuziehen die nächste Frage ist dann da geht es auch darum um das Zusammenwirken von Frauen Hackerspaces und Männer Hackerspaces und ich verstehe dass ihr diese separierten Hackerspaces habt um euch Räume zu öffnen aber aus einer männlichen Perspektive ist es für mich manchmal schwer zu verstehen was Frauen unattraktiv oder ablenkend in männlichen Räumen finden oft ist es ja so dass was können wir tun um dieses Zusammenwirken irgendwie zu verbessern dass Frauen besser in männliche Hackerspaces passen und umgekehrt wie können wir sicherstellen dass wir zusammen arbeiten können ich hoffe meine Frage ist verständlich fühlt euch alle frei zu antworten ich glaube nicht dass unser Ziel ist diese Räume verschmelzen zu lassen wir erschaffen Hackerspaces um unsere Themen herum wenn du kommen möchtest kommen aber du wirst Themen finden die um die es um denen es uns geht aber du bist willkommen wir haben keine Interessen an euren Themen deswegen kommen wir nicht in eure Hackerspaces ich verstehe das und ich denke auch nicht dass das falsch ist was ihr macht aber ich denke das ist eine Form von Isolation von zwei verschiedenen Arten von kreativer Energie ich denke du bist viel länger in Isolation gewesen als wir also vielleicht mehr Separierung als Isolation es sitzen sind wir viele Leute in der Stange hinter dir und da wir mit allen in ein Gespräch kommen wollen möchten wir auch allen eine Chance geben zu sprechen Lass mich versuchen deine Frage zu umformulieren wie es nämlich um die eigentliche Erschaffung von Technologien geht ihr alle prioritisiert natürlich die Probleme eurer Gemeinschaften aber was passiert wenn wir jetzt Technologien erzeugen und für die allgemeine Öffentlichkeit wie wird das rezipiert von der Öffentlichkeit und wie reflektiert das auf uns wieder zurück ich glaube nicht an die allgemeine Öffentlichkeit ich kann deine Frage beantworten ich möchte mich auch nicht auf das Verschmelzen beziehen aber wenn du Hackerspaces einladender für Frauen machen möchtest was machst du wenn du eine Person zu dir nach Hause kommen lässt du zeigst ihnen halt erstmal wie dein Zuhause ist du zeigst ihnen die Räume du zeigst ihnen was sie da tun können was sie dürfen das heißt Leute mit verschiedenen Hintergründen und mit verschiedenem Wissen werden auch verschiedene Motivationen darin finden dann um die Leute besser kennenzulernen und sich darin weiter zu engagieren also einfach immer allgemein erschafft eine freundlichere Umgebung in euren Räumen Nächste Person Also ich habe jetzt mehr Erfahrung zu teilen als wirklich eine Frage ich organisiere Events für Geeks und die sind sehr männlich dominiert besonders besonders wenn es um behinderte Personen geht und solche Communities da geht es auch viel darum dass sich die Umwelt verändert und sie sich nicht selbst verändern müssen das große Problem ist dass männlich dominierte die Gesellschaft im Ganzen fühlen nicht dass sie sich öffnen müssen für weibliche Präsenzen aber sie müssen dieses Verhalten verändern und anscheinend ist es nicht etwas was sie tun wollen gab es da noch eine Frage oder ok passt dann die nächste die Frage wurde schon beantwortet anscheinend in that case gut hallo danke für euch alle für eure großartige Arbeit ich habe noch eine Frage die ich vielleicht ein bisschen vermisst habe in dieser Konversation wir haben da über viele Communities und Hacker Spaces geredet die sich fokussieren auf Frauen und nicht-binäre Menschen ich frage mich ob es da Firmen gibt oder Startups und da gibt es ja weniger Diversität da werden weniger Personen eingebunden von marginalisierten Gruppen und wie können wir das verändern da gibt es ja viele Vorschläge zum Beispiel Menschen einstellen die öffentlichen Positionen sind und dadurch Rollenbilder sind und zeigen dass das möglich ist kennt ihr da irgendwelche Erfolgsgeschichten aus Firmen Unternehmen Startups oder anderen Arten von Communities Ich denke es geht oft es gibt oft Voreingenommenheiten in solchen Einstellungsprozessen also wenn man über die verschiedenen Lebensläufe verschiedener Personen guckt kenne ich nur deutsche Beispiele natürlich und wenn ihr dann einen Lebenslauf seht der sich irgendwie fremd anfühlt dann packt ihr ihn vielleicht zur Seite oder denkt vielleicht die Person hat nicht genau dieselben Skills und ist nicht genauso fähig auch in der Jobbeschreibung kann man inklusivere Formulierungen finden etwa nicht zu sagen der Kandidat er sollte dieses und jenes haben es geht in der Regel nur um sehr subtile kleine Veränderungen und halt insgesamt um eine Veränderung in der Gedankenwelt wir freuen uns nicht an Erfolgsgeschichten interessieren uns nicht wir freuen uns an Partnerschaften wir tun viele Dinge und schieben auch irgendwie nicht an dass Räume mehr Frauen weiblicher werden oder queerer werden wir machen was wir wollen vielleicht können wir hier nach austauschen was für lauter schriftliche Werke es schon dazu gibt und wie Firmen sich damit auseinandersetzen also wie ihr selbst gesagt habt um ein inklusives Team zu kriegen können wir nicht von einem inklusiven Startup sprechen wenn das Team nur aus Männern besteht und wenn ihr keine gleichqualifizierten nicht-sitz-männlichen Personen finden könnt dann guckt ihr wahrscheinlich in den falschen Freunden und auf die falsche Art und Weise also es sollte Möglichkeiten geben das im Team zu realisieren Hallo die sechs von euch haben vorgeschlagen Talks hier beim 35-J3 und wir haben einen bekommen also ihr habt seit sechs coole Frauen ihr solltet auch also hier zum Beispiel im Publikum haben wir ungefähr 50-50 und ich gehe davon aus dass die meisten Männer hier sind alliierte das sozusagen und wieso ist das so und wieso haben wir nicht mehr Sessions zum Beispiel sechs Sessions von euch sechs die ihr Talks vorgeschlagen habt wieso lassen wir uns so segregieren Adams Borg Clark Dijkstra die Meetingräume sind alle benannt nach Männern Frauen sind 50% der Bevölkerung und ich denke wir sprechen da mit schon konversiert Menschen die schon verstanden haben es ist 2018 bald 2019 und wir sollten etwas besseres verdienen vielen Dank für diese Bedenken aber glaubst du nicht dass es auch gut ist Menschen so zusammen zu bringen darüber zu sprechen wir könnten natürlich auch getrennte solche Sections haben das wäre sicher auch gut aber in diesem Fall können wir halt auch voneinander lernen und unsere Meinungen teilen und nicht jeder kann sich jeden Vortrag ansehen aber es ist schön dass wir uns hier alles zusammen austauschen konnten aber danke für deine Bedenken wir haben noch die Frage für eine Zeit Dankeschön danke für den Talk danke für diese Möglichkeit ich bin wahrscheinlich in der Kategorie nicht schwule Ziesmann Ingenieur Entwickler aber ich betreibe auch einen Co-Working Space in Kopenhagen in Dänemark und ich versuche möglichst inklusiv zu sein und ich versuche Informationen zu finden wie man das am besten tut aber ich habe da jetzt zwei Fragen was wären eure Top 3 Vorschläge wie man die digitale Geschlechter Grenzen auflesen kann also ja das ist schon eine große Frage ganz viel für den Schluss und die zweite Frage wäre dann auch noch ich sehe schon die Punkte von euch dass es darum geht viel auch Design zum Beispiel von Websites dass die auf eine männliche oder weibliche auf ein männliches oder weibliches Publikum hingeschnitten sind aber ja die zweite Frage ist das Foss Acher in Asien habe ich gelesen letztens in einem Magazin dass im globalen Süden wenn es um Internet zugehört geht dass in Asien ca. 20% der Bevölkerung Internet wollen sieht das als Problem und was denkt ihr wie kann man da dagegen tun wie schließen wir also das die digitale Trennung wie schließen wir die Geschlechter Trennung ich möchte nochmal an wir vorgesprochen haben eine Assembly von Foss Asia hier nachzuhaben um das Gespräch fortzuführen um Viertel nach 8 bis Viertel nach 9 wir bewegen uns also nicht um deine Frage herum wir bewegen sie nur zu diesem Slot hin aber ich möchte schließen mit einer Abschlussrunde also ihr sprecht alle von Ressourcenteilen und als Teile der Open Source Community ist das natürlich ein Kernpunkt ich hätte jetzt gerne in dieser Abschlussrunde von euch weitere Informationen Referenzen wo weit ihr eure Forschung publizieren um nicht nur auf Konferenzen wie hier so Wissen teilen zu können sondern auch wie wir Erfahrungen miteinander teilen können wenn ihr also Ideen Empfehlungen Inspirationen habt zu dem Thema macht eine schnelle Runde in UK sind wir gefühlt dass wir eine UK Hacker Space Foundation haben die großartig sein können um Diskussionen über solche Themen zu starten ich versuche insbesondere sehr sehr für zu schieben dass wir einen höheren Fokus auf Inklusivität und Diversity kriegen für uns ist es wie du sagtest die persönlichen Verbindungen wir würden uns natürlich wünschen dass Menschen primär für Cocktails und Code an sich kommen in den größeren Städten findet ihr hoffentlich nur Frauen und nur nicht binäre Räume an sich also muss das sehr über diese persönlichen Verbindungen gehen ja auch bei uns dasselbe ihr seid alle willkommen im Open Source Hotel bei uns in Vietnam und auch bei jedem Forch Asia Event aber gleichzeitig denke ich um unsere Best Practices zu teilen und Erfolgsgeschichten zu teilen auf der Webseite wir verteilen all das auf unserer Forch Asia Webseite und Diskussionen sind immer gut um zu lernen und Gespräche vorzuführen es gibt nur eine Sache die ihr tun könnt nämlich auf unser Wiki gehen es ist auf Französisch unsere Webseite ist Englisch wir werden nach dieser Konferenz versuchen versuchen das auf unsere Bücher wiederzugeben werden wir also dieses Mal auf Englisch tun die Adresse ist wiki.reset.org Ich möchte euch allen danken dafür dass ihr solche großartigen Ideen eingebracht habt für diesen Event und jetzt auf diesem Panel hier gesessen habt danke euch allen danke euch allen dass ihr hier im Publikum saßt stage host and the translators for doing a wonderful job as well ja und damit verrat ein das das